Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Bulletstorm. Wir sind immer noch auf dem Weg zum guten Ischi, der hier mehr oder weniger gefressen wurde. Wir machen keinen besonders nachdenklichen Eindruck. Kuckuck. Weg mit dir. Okay, wie gesagt, wir sind immer noch auf dem Weg. Warum zur Hölle hat er das Ding... Wo ist sie denn? Weißt du, die rennt einfach durch. Ich werde sofort gefressen und sie rennt einfach durch. Wie das Ding hier. Das Ding hat mich locker weg geholt. Oh yeah. Vertrau nichts und niemandem. Jede Pflanze könnte verbunden sein. Okay, ich vertraue dir nicht. Keine Ahnung. Aber von der Scheiße, die ich hier unten gesehen habe, würde dir der Arsch auf Grundeis gehen. Okay. Ja, ich...so jetzt kann ich hier rummachen. So, Versauungskapsel. Da rüsste ich mich nochmal aus, weil ich glaube, gleich geht hier die dicke Party los. Ähm, warte mal. Okay. Die ist voll. Die Snapper ist voll. Okay. Dann wollen wir mal. Alles voll, alles geladen. Sehr gut. Hallo. Dann wollen wir mal. Alter, was ist das denn? Ach du Scheiß, Alter. Okay, dann wollen wir mal. Hallo. Na, süße Maus. Ich glaube, ich habe es aufgeweckt. Alter. Alter. Boah. Äh. Boah, was ist das denn? Das Ding ist so riesig, das hat nicht scheiß Lebensanzeige. Boah. 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 Was hab ich getan, was hab ich getan? Es ist schon. Wait hier, Alter. Ich hab einfach mal das Gefühl, ich muss, ooooo... alter. Ich sehe gar nix mehr. Verdammt Ich mach einfach mal den Ladungsschiss hier Bäm Alter Hier Alter Du bist gut Okay Oh ist hier gar nichts hier Bäm Okay was ist los Iiii was mach Alter Okay letzter Schuss Bäm Nachladen Ich dachte ich wäre mies gelaunt aufgewacht Bleib in Bewegung Du bist bestimmt nicht im Maul von diesem Ding landen Was ist jetzt Alter Iiii ist das eklig What the fuck alter Ich halt einfach mal drauf Okay Das sind doch keine Tentakel Komm schon ein noch Krieg ich den noch Verdammt Das letzte Ding habe ich jetzt nicht hinbekommen Verdammt Okay Okay Boah Boah Komm Der letzte Tentakelviech oder Boah was doch immer Alter Iiiiickie weg Boah Boah So Weg ist er Ist er jetzt ganz down oder was ist Alter das Viech lebe immer noch Äh Alter die Geräusche Alter Pass zu Boah Dief nu auf den Kopf Boah Iiii Oh Dief ihm in den Kopf In den Kopf Ja, was ist denn jetzt? Alter... What the fuck, Alter? Vierter Akt, Kapitel 3. Es will unbedingt einstürzen. Oh, Alter! Alter, iiii! Oh Gott, ernsthaft! Oh, Alter! Das war auf jeden Fall ein Viech. Ich weiß gar nicht mehr oder weniger so der Erste. Zwischenboss, wie auch immer. Wo man richtig was reinpumpen musste. Oh, verdammt! Das nenne ich Tief. Ach ja, geht. Ach so, begreifen. Hö? So, nö, ich bleib nicht an dir dran. Weg! Bleib hier stehen. Da ist schon wieder die Polle. Ich weiß, du kämpfst gegen die AI und ich weiß, du gibst dein bestes Kumpel. So, Versorgungskapsel. Tja, da rüste ich mich jetzt einmal nochmal auf. Nur hier Ladung freischalten? Nö. Das lass ich erst mal. Okay. Cliffside Hotel, Alter. Das ist doch Sarkasmus. Oh, ich hör schon wieder was. Das ist ein kompletter Fehlschlag. Die Skillshot-Anzeigen im Display der Peitsche sind also irgendeine Kampfanalyse-Scheiße. Duteilungspunkte, die bestimmten, ob man sich an einer Versorgungskapsel Nachschub holen konnte. Sehr gut. Heißt dann also, wenn du was kannst, kriegst du was, wir nicht. Hast du Pech. Oh nein. Ja, und sie sind voll motiviert. Sie versuchen unseren Hauptpreis in die Finger zu kriegen. Alter, läuft doch mich nicht so schnell vor hier. Das ist der. Das ist der. Was ist was? Das ist der einzige Weg nach unten. Wenn du das sagst. Juhu. Und tschüss. Ich hoffe, uns erwartet auch. Hui. Boah, Alter. Boah. Ich fand, er kommt voll angedonnert. Mit mega der Geschwindigkeit. Und pff. Bleib stehen. Schiff in eins. Ja, natürlich. Das sag ich auch immer. Tret dabei eine Wand ein und lauf einfach weiter. 15 Minuten nach Hurricane. Sehr gut. Stirb. Was haben wir denn hier? Äh. Äh. Kuckuck. Huch. Also. Ist mal ein bisschen mehr Respekt hier, ne? Bye, bye. Boah. Von wo? Boah. Boah. Das Gute ist. Aber weißt du, warum mache ich mir das so schwer? Hier. Ein bisschen höher und dann zack. Hey, der Typ hat ein Septum. Cool. Weg mit dir. Ich gehe hier ran. Oh ja, das nehme ich gerne. Kuckuck. Oh, komm, wenn hier schon keine Gegner sind. Mann. Weg mit der Waffe. Ich kann die auch so nicht wegwerfen. Und tschüss. Oh oh. Achso, es geht hier runter. So, was haben wir hier? So. Bäm. 13 von 28. Sehr gut. Nö. Wow. So einen kleinen Schocker haben wir da bekommen. Aber das interessiert uns nicht. Oh ja. Kuckuck. Oh, jetzt muss ich nachladen, oder was? Hä? Alter. Komm her. Komm her. Okay. Er ist auch down. So, noch irgendwas. Okay, kann mal hier durchrobben. Na komm. Komm schon, geh doch rüber. Hallöchen Dickerchen. Einmal auf Dickerchen hier. Bäm. Und nochmal auf Dickerchen. Und danach in Deckung. Alter. So, einmal hier rüber. So. Come on. Bäm. Ähm. Alter. Hohoho. Also hier kann man Punkte machen, auf jeden Fall. Achso, du lebst noch. Hallo. So, weg ist er. So, und an dieser kleinen ruhigen Stelle sag ich einfach mal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. So. 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 So.